Her und Willkommen zu einer weiteren Folge von Terraria. Und diese Folge möchte ich einfach mal ganz entspannt angehen. Ich habe keine großen Ziele und ich werde auch keinen der mechanischen Bosse angehen. Und ich habe auch jetzt eigentlich nichts wirklich, was ich farmen will. Ich glaube, das tut mir ganz gut mal. Also zunächst muss ich diesen komischen Typ hier fragen, nämlich der verkauft mir jetzt... ...dachte ich zumindest die Flügel. Aber vielleicht auch erst, wenn er fröhlich ist. Wo muss er denn hinziehen? Du, äh, da kann ich auch in dieses Buch reinschauen. In den Dschungel möchte der. Da können wir doch einfach hinreisen. Weil eigentlich, meines Wissens, verkauft er mir Flügel. Und Flügel wären schon cool. Ach, und was auch noch funktioniert, ich kann mir unendlich viele Kugeln holen. Dafür muss ich jetzt erstmal in die Wüst und kaufe mir ein paar Kugeln. Und dann schauen wir doch mal. Aber erstmal in den Dschungel. Was läuft denn die da draußen rum? Kann ich den nicht einfach hier einziehen lassen? So, wir gehen in den Dschungel. Und kaufen uns hier mal ganz, ganz viele Kugeln. Ja. Ich glaube, da brauche ich drei 999er-Stacks. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wie viel ich wirklich brauche. Also mit diesen ganzen Kugeln geht man jetzt hier zu dieser Kristallkugel. Und kann sich nichts machen, weil ich glaube, ich habe zu wenig. Warte mal, kann ich das hier nicht schauen, was ich da brauche? Hier, den endlosen Musketenbeutel. Also da brauche ich vier Stacks. Ich wusste es. Ein paar Sekunden später. So, nachdem ich mir jetzt vier Stacks von den Kugeln geholt habe, gehe ich wieder nach Hause. Und dann kann ich mir an dieser kleinen Kristallkugel, die ich das letzte Mal gekauft habe, wenn jetzt alles richtig ist, hier den endlosen Musketenbeutel machen. Und jetzt habe ich im Prinzip unendlich viel Munition. Klar habe ich nur die schwächste Munition, die man haben kann, aber es ist trotzdem richtig nice. Es gibt doch einen neuen Beschwörerstab, den ich gerne haben möchte. Dafür muss ich aber bestimmte Spinnen töten. Und da schaue ich jetzt einfach mal, wo war denn das Spinnennest. Da bin ich doch irgendwann mal durchgefallen, oder? Da, wo die ganzen Spinnenweben waren. War das auf meinem Runterfallweg, oder war das irgendwo außerhalb? Hier. Hier ist es. Die müssten doch jetzt irgendwann irgendwo Spinnen kommen. Das kann mir doch keiner erzählen, dass hier keine Spinnen kommen. Da ist eine kleine Minispinne. Und die haben extrem viel Leben. Sehe ich da gerade. Aber sie lassen eine Spinnengreifzange fallen. Und genau die brauche ich. Ah ja, ja, ja. Haben die viel Leben? Die sehen ja auch richtig ekelhaft aus. Man könnte jetzt argumentieren, guck mal, was der für viel Munition verschießt und so. Oh, der hat viel Schaden gemacht. Aber ich möchte es einfach wirklich mal ausprobieren, ob der Sack das hält, was er verspricht. Oh. Machen die viel Schaden. Und die haben auch 1050 Leben. Und die schießen irgendwas. Ach so. Warte mal, wie viel brauche ich dann für diesen Beschwörerstab? Spinnenkönigstab? Nein, den da meine ich. 16 Stück brauche ich. Spinnenstab, okay. Das sollte ich doch gefarmt bekommen. Ich habe am Anfang der Folge gesagt, ich möchte nichts farmen. Ich habe keine konkreten Pläne. Und dann mache ich sowas. Ja, ich gebe ja zu. Ich habe mich informiert und habe jetzt nur ein, zwei kleine Sachen rausgefunden, die ich unbedingt haben möchte. Aber es gibt keine großen Sachen. So wie das letzte Mal. Sondern eher nur so. Guck mal, die gibt es immer noch da. Die lebt hier noch. Ach, da gibt es aber auch noch die weißen. Ich wusste gar nicht mehr, ich wusste gar nicht, dass es die weißen überhaupt noch gibt. Oh. Das ging schnell. Das ist einfach ein Geist. Was macht denn der hier? Ach, weil ich meinen Grabstein abgebaut habe. Klar, dass ich den nicht kenne. Ich habe ja selten einen Grabstein gehabt. Wenn ihr versteht, wer es ich meine. Ich bin ja nie gestorben. Und jetzt sterbe ich am laufenden Band. Ah, das ist ja nicht mehr lustig. Lustig. Das ist wirklich überhaupt nicht mehr lustig. Ich habe eine Titanenrüstung. Was bringt die denn? Drei Hits und ich bin weg? Okay, ich habe 17 Fangzähne. Und jetzt kann ich mir doch diesen komischen Stab da machen, oder? Hier ist er. Jetzt kann ich meine Imps austauschen. Zu solchen kleinen Minispinnen. Die können aber richtig stark sein. Hä? Warum ist da... Warum ist da einfach mal eine Rüstung? Und jetzt sieht man, wie die Spinne arbeitet. Die heftet sich an und bleibt so lange an dem Feind, bis er stirbt. Aber warum spawnt hier einfach mal so ein Gegner? Die sieht auch jedes Mal anders aus, oder? Ja, wie lustig. Okay. Was kann ich denn noch machen? Ach, ich wollte doch Flügel kaufen. Dafür muss ich aber jetzt wahrscheinlich in den Dschungel. Wo ist der Typ? Ah, da. Hier. Er hat meine Flügel. Sogar im Angebot. Blattflügel. Klack. Kaufe ich. Die. Ich habe nicht genug Geld. Ups. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Warte mal. Ist nicht Nacht? Es ist Nacht. Beste Gelegenheit, das mal auszuprobieren. Mein kleines Auge. Komm du mal her. Bin ich mal gespannt, wie schnell ich das kaputt bekomme. Warte. Guck mal. Hey, beruhig dich mal. Und zack, ist es weg. Und wie viel Geld habe ich bekommen? Gar kein Geld? Oder wurde das direkt einsortiert? Drei Tage später. So, jetzt schauen wir doch einfach um. Uiuiuiui. Kann man diese Fliegermaske da eigentlich verkaufen? Oh ja. Für ein Gold. Ich habe ein ganzes Platin bekommen. Und dann sollte ich mir doch jetzt auch schön entspannt meine Flügel. Mügel kaufen können. Da sind sie. Uh. Und dann fliege ich doch jetzt einfach mal nach Hause. Und verzauber die mit Verteidigung. Vier. So, jetzt haben wir die auch schön verzaubert. Nur statt was ziehen wir die an? Der Hufeisenballon, der kann machen, dass ich keinen Fallschaden bekomme. Einen Doppelsprung und die Sprunghöhe. Aber das machen doch die Flügel auch, oder? Ja, ich bekomme keinen Fallschaden. Ah, aber ich habe keinen Doppelsprung mehr. Da muss man sich erst daran gewöhnen. Vielleicht mache ich es auch einfach so, dass ich dieses komische Armband ausziehe. So einen zweiten Sprung finde ich schon nice. Oh. Wer kommt denn da? Wer will denn da sich mit mir anlegen? Guck mal, wie schnell die das zerstört haben, diese beiden kleinen Spinnen. Oh Gott. Wow. Ich wusste, dass es die gibt. Aber ich dachte nicht, dass der jetzt schon kommt. Der macht aber gar nicht mal so viel Schaden. Sage ich und sterbe da dran. Ah. Aber ich glaube, die braucht man, um sich Flügel zu craften. Aber da ich ja schon Flügel habe, ist das glaube ich gar nicht mehr so relevant, oder? Ich könnte natürlich jetzt ganz viel Zeit investieren und mir das, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber das Ank Charm holen, beziehungsweise zusammenfarmen. Und dann würde ich keine Flüche mehr bekommen. Das ist eigentlich auch so mein nächstes großes Ziel. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon machen soll, weil das ist im Prinzip nichts für die Folge. Das ist einfach nur farmen, farmen, farmen. Ich könnte mir noch die Map ein bisschen anschauen und schauen, was für Gegner es gibt. Und mich so ein bisschen rantasten. Dafür zoome ich jetzt auch mal ein bisschen raus. Und dann laufe ich doch jetzt einfach mal über die Map und schaue mir die Gegend so ein bisschen an. Dass es so einen Gegner gibt. Ach, guck mal. Eine Mumu hier. Wurde die... Wurde die vergiftet? Habt ihr auch gesehen, dass die auf einmal lila war? Komm, greift an. Die wird vergiftet. Wie krass cool sind denn diese Spinnen? Ich denke, ich hole mir jetzt auch mal den Wurmboss nochmal, um den einfach nochmal zu bekämpfen. Sollte ja eigentlich auch nicht allzu schwer sein. So wenige Probleme, wie ich mit dem Auge hatte. Das ist so einfach. Er kommt noch nicht mal an mich und stirbt schon. Das war einfacher als gedacht. Was bist denn du für ein schönes Viech? Du kommst da ja relativ häufig vor hier. Ach, da ist so eine Schildkröte. Kannst du mich instant töten? Oder ich laufe einfach in dich hinein und ich kenne dich? Ist auch ganz lustig. Alter Schwede, hat die viel Schaden gemacht. Also ja, vor denen sollte ich mich in Acht nehmen. Was? Warum kommt der Schleimkönig? Einfach so random? Wieso? Und wieso ist der so einfach wieder kaputt? Und warum spawnt der so viele Schleime auf einmal? Hä? Das war jetzt mal wirklich komplett random. Oder lag das daran, dass ich 500 blaue Schleims besiegt habe? Ein Desert Key! Wow! Wieso? Was? Ich traue meinen Augen gar nicht. Ein Desert Key? Äh. Mit dem sollte ich doch mal so schnell wie es geht in den Dungeon, oder? Normalerweise sind diese Schlüssel ultra selten. Ach. Da ist schon die Desert Kiste. Oder? Desert Key. Kann ich die einfach nur noch nicht öffnen? Eine Minute 37 Sekunden später. Ach so. Man muss Planterra besiegt haben, bevor man die öffnen kann. Vorher geht das nicht. Selbst wenn man die Schlüssel hat. Gut zu wissen. Kann es sein, dass der Dungeon erst stärker wird, wenn man Planterra besiegt hat? Das würde so einiges erklären. Soll ich jetzt einfach mal die Wall of Flash töten? Hier ist mein Safe House. Und hier kann ich auch die Wall of Flash holen. So. Jetzt bin ich doch mal sehr gespannt. Mit meiner krassen Waffe. Die ich durch die Wall of Flash bekommen habe. Und meinen krassen Upgrades. Sollte das doch relativ einfach werden. Ich glaube, ich mache das auch zu einer kleinen Challenge. Wie schnell ich diesmal die Wall of Flash bezwungen bekomme. Ich habe die gleich kaputt. Und ich bin noch lange nicht dort, wo ich das letzte Mal sie erst getrunken habe. Ui, 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 ui. Das war noch mal ein bisschen knapp am Ende. Aber ich finde das ja schon lustig. Das ist ein gutes Stück, bevor ich dorthin komme, wo ich sie das letzte Mal bezwungen habe. Naja. Ab nach Hause. Und schauen, was die mir so gegeben hat. Das Siegel des Nahkämpfers. Und ein neues Schwert. Uh, ein riesiges Schwert. Schön, schön. Ist aber trotzdem viel, viel schwächer als mein Titanenschwert. Naja, gleich mal alles einsortieren. Hey und willkommen aus dem Schnitt. Und zwar ist mir aufgefallen, dass diese Folge einfach viel zu lang werden würde. Deswegen habe ich die jetzt in zwei Teile aufgesplittet. Und wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Cheerio. Wir sehen uns mal Larry. Wir sehen uns mal wieder. Vielen Dank.